Wenn ich jetzt Notizen schreibe, dann habe ich verschiedene Möglichkeiten. Ich kann entweder mich hinsetzen, nachdenken und Dinge aufschreiben. Oder ich kann hergehen und sagen, ich lese jetzt ein Paper, ein Buch, Kapitel, was auch immer, eine Webseite, ein Artikel im Netz und notiere mir dazu Dinge an. Also ich annotiere etwas und in allen Fällen bin ich immer ein bisschen hin- und hergerissen zwischen, wie ausführlich schreibe ich das eigentlich auf, in welcher Form speichere ich das, gerade wenn ich Dinge annotiere und ich möchte mich heute tatsächlich so ein bisschen auf den Fall fokussieren, dass ich mich hinsetze und selbst Dinge aufschreibe oder dass ich zumindest eine Annotation, wie zum Beispiel ein Highlight oder einen kurzen Vermerk am Rand einer Buchseite, dass ich das nochmal hernehme und neu verfasse, also reverbalisiere, paraphrasiere und für mich dann in mein Notizsystem aufnehme. Das erscheint mir relevant und sinnvoll und für diese Art von Notizen, wie ich also dazu komme, das aufzuschreiben, sodass ich es wirklich für mich selbst genuin aufgeschrieben habe, die hat Sönke Ahrens beschrieben in seinem Buch, jetzt muss ich das nochmal hier in die Kamera halten, das Zettelkastenprinzip, erfolgreich wissenschaftlich schreiben und studieren mit effektiven Notizen. Und ich bin mit ihm in keinerlei Verbindung. Es ist aber eine absolute Kaufempfehlung für jeden und jede, die sich mit dem Thema weiter beschäftigen möchte. Mir hat dieses Buch wahnsinnig die Augen geöffnet und weshalb zeigt diese Folie, denn es gibt nach Sönke Ahrens, der übrigens an dieser Stelle sich quasi Niklas Luhmann, den bekannten Soziologen, zum Vorbild nimmt und dessen Zettelkasten, auch das geflügelter Begriff in der Welt der NotizschreiberInnen, nimmt sich also das zum Vorbild und beschreibt drei Arten von Notizen. Und diese drei Arten möchte ich euch einmal ganz kurz vorstellen, weil ich glaube, dass die tatsächlich der Schlüssel sein können dazu, Notizen sinnvoll und nachhaltig oder wie in dem Buchtitel eben effektiv zu verfassen. Die erste Art von Notizen sind sogenannte flüchtige Notizen. Das heißt, das sind ganz schnelle Dinge, die ich mir aufschreibe. Das kann im Grunde ständig entstehen. Das sind Schmierzettel, Post-its oder eben, was ich gesagt habe, kurze Annotationen und Highlights in Büchern oder Texten. Und diese Notizen sind zunächst unsortiert, vielleicht sogar zusammenhangslos und ganz wichtig, nach diesem Konzept haben sie ein Verfallsdatum. Das sind alles Notizen, die ich nicht langfristig plane aufzuheben. Diejenigen Notizen, die ich plane langfristig aufzuheben, entstehen aus diesen flüchtigen Notizen und die nennt Sönke Ahrens dauerhafte Notizen. Das heißt, dauerhafte Notizen sind Notizen, die ich an mein Zukunfts-Ich adressiere. Das heißt, ich nehme diese flüchtigen Notizen und verfasse daraus einen kurzen Absatz, den ich auch vielleicht in drei, vier, fünf oder sechs Jahren noch verstehen kann, ohne den direkten Zusammenhang zu kennen oder nachvollziehen zu können, also um das nochmal rauskramen zu müssen, sondern dass die Notiz soll für sich alleine stehen und für mich auch lange Zeit, nachdem ich diese flüchtigen Notizen mal gemacht habe, Sinn ergeben. Das heißt, sie ist zu einem gewissen Grad persistent und bekommt in dem System auch eine persistente ID, also einen eindeutigen Dateinamen, wenn man so möchte. Das Schöne ist, wenn ich aus meinen flüchtigen Notizen eine dauerhafte Notiz mache, dann habe ich die Möglichkeit, auf weitere Quellen oder eben sogar auf andere schon bestehende Notizen zu verweisen. Und genau das ist ja das, was den Zettelkasten von Niklas Luhmann so berühmt gemacht hat, dass er in der Lage war, damals auf Papier, sehr ausgeklügelten, aber auch sehr komplexen System oder zumindest auf den ersten Blick komplex erscheinenden System, sich Notizen zu machen und die immer weiter zu verzweigen und Gedanken letztendlich so auch zurückverfolgen zu können auf ihren Ursprung. Und das ist letzten Endes der Schlüssel, wie es Niklas Luhmann möglich war, in seiner, ich möchte jetzt nicht sagen begrenzten Schaffenszeit, aber zumindest in seiner Schaffenszeit, so viel Bücher und Texte zu verfassen, wie er es eben gemacht hat. Und diese dauerhaften Notizen bekommen dann eben mit diesem persistenten Namen oder mit dieser persistenten ID, wenn man so möchte, einen festen Platz in meinem Notizsystem und verweisen von dort auf andere dauerhafte Notizen, die in dem System lagern. Die dritte Art von Notizen sind sogenannte projektbezogene Notizen. Und das sind, wie der Name schon sagt, Notizen, die eben einem spezifischen Kontext zugehörig sind, eben einem Projekt und Projekte sind per Definition auch mit einem Verfallsdatum versehen. Das sind also auch Notizen, die nur für diesen Kontext relevant sind und auch nur für die Dauer dieses Projekts aufgehoben werden müssen. Danach, so zumindest Sönke Ahrens im Zettelkastenprinzip-Buch, können diese Notizen entweder tatsächlich gelöscht werden oder, finde ich, im Digitalen viel sinnvoller, weil Löschen ist irgendwie, braucht man nicht bei der Menge an Festplattenplatz, die uns heutzutage zur Verfügung steht, aber wir können es archivieren. Das heißt, wir können es aus unserem System rausnehmen, irgendwo ablegen, vielleicht noch einen Verweis hinmachen, hier Projekt XY, liegt alles da und wenn mal irgendwann der Zeitpunkt gekommen sein sollte, an dem ich in diesem Projekt nochmal was nachschauen möchte, kann ich es eben dann gezielt tun. Das ist also, das sind die drei Arten von Notizen, die Sönke Ahrens hier beschreibt und ich finde, aus diesen drei Arten von Notizen lässt sich ein sehr schönes, eigentlich sehr klar strukturierbares Notizsystem ableiten. Und dieses Notizsystem war genau das, was ich für so wahnsinnig sinnvoll erhalte, denn gerade diesen Verweis zwischen unterschiedlichen Notizen, das ist ja das, was ja Wissenschaftler Innen und Wissenschaftler eigentlich tagtäglich tun wollen zumindest. Aus bestehendem Wissen neues Wissen generieren, möglicherweise noch unter der Zuhilfenahme neuer Daten. Aber das ist, finde ich, der Kern der Sache und ich würde euch mit diesem Wissen einmal in eine kleine Reflexionsphase schicken, nämlich in Breakout-Räume. Wir sind jetzt knapp 60 Teilnehmende. Wir haben, glaube ich, zehn Breakout-Räume vorbereitet. Wir brauchen aber dann natürlich irgendwie nur sechs oder wir können euch auch auf zehn verteilen, dann ist die Gruppe ein bisschen kleiner, ist vielleicht gar nicht verkehrt. Und wir haben auch zehn kleine Etherpads vorbereitet, also gemeinsame Dokumente. Und in diesen Pads sind vier kleine Reflexionsfragen vorbereitet. Die stehen dort schon drin und ich würde euch bitten, euch darüber, über diese Fragen in der Gruppe jeweils auszutauschen, unsere DT-Punkte niederzuschreiben. Nämlich erstens, wie notiere ich bisher? Mache ich das digital oder nicht digital? Was sind da vielleicht die Vor- und Nachteile? Mit welchen Werkzeugen mache ich das? Also entweder welche Apps nutze ich, auf was für Endgeräten oder auch was für eine Notizmethode nutze ich? Schreibe ich alles auf Cornel-Papier? Also teile ich mein Blatt Papier in bestimmte Sektoren auf, die dann verschiedene Funktionen erfüllen? Schreibe ich vielleicht die einen Notizen immer im Bleistift und andere dafür im Füller? Warum eigentlich? Und dann würde ich gerne von euch wissen oder euch dazu anregen, darüber nachzudenken, wo ihr mit diesem System, was ihr im Moment verwendet, an eure Grenzen stoßt und aber auch andersrum, was mit diesem System sehr gut funktioniert. Und das kann für später auf jeden Fall Grundlage einer weiterführenden Diskussion sein. Oder, und auch das steht in den Pads drin, wir können vielleicht bilateral uns dazu in Zukunft nochmal austauschen, denn ich glaube, dass mich zumindest dieses Thema noch eine ganze Weile begleiten wird. In diesem Sinne würde ich jetzt die Moderation bitten, diese Breakout-Sessions einmal zu öffnen. Und derweil schauen wir hier im nächsten Block einmal auf das Thema Forschungsdatenmanagement zunächst. Denn ein Forschungsdatenmanagement oder auch kurz FDM, wie es häufig genannt wird, ist im Grunde die Idee, dass Forschungsdaten jeglicher Art in Zukunft auch weiter nutzbar sein sollen. Das heißt, das kommt so ein bisschen auch aus der Open Access, Open Data, Open You-Name-It-Welt, dass man einfach nicht nur die eigentliche Publikation zur Verfügung stellt, sondern dass man tatsächlich auch die Daten, die zu dieser Publikation geführt haben, zur Verfügung stellt. Und ein professioneller Umgang mit diesen Forschungsdaten wird über die gesamte Projektlaufzeit gefordert. Und ich schalte mich hier einmal nochmal dazu, diesen Prozess über die Laufzeit eines Projekts kann man, und das haben die Kollegen hier am KIT von der Abteilung für Research Data Management gemacht, in einem Forschungsdatenzyklus darstellen. Der sieht bei uns hier so aus, schön bunt, besteht aus fünf Phasen und die erste Phase ist Planen und Finanzieren. Danach geht es um das Erheben und Analysieren von Daten, danach Speichern und Archivieren. Die Phase 4 ist dann, die Daten freizugeben und zu publizieren. Und die letzte Phase ist das Auffinden und eben Nachnutzen dieser Daten, natürlich auch durch Dritte, aber auch durch einen selbst, wenn man dann irgendwann Folgeforschung betreiben möchte. Und anhand dieses Forschungsdatenzyklus, finde ich, kann man ganz gut ableiten, was das eigentlich für unsere Notizen bedeuten würde. Denn ich finde, dass Notizen von uns Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern auch Forschungsdaten sind. Vielleicht nicht so strukturiert und nicht in der Masse, wie sie jetzt zum Beispiel bei großen Teilchenbeschleunigern oder umfangreichen Messreihen in der Molekularbiologie anfallen. Aber gerade für uns in den Geistes- und Sozialwissenschaften, wo ich und auch viele von euch herkommen, sind es ja doch unsere eigenen Gedanken, mit denen wir weiterforschen und unsere eigenen Schlussfolgerungen, die am Ende zu wissenschaftlichen Ergebnissen führen. Und deshalb glaube ich, dass sich dieser Forschungsdatenzyklus relativ gut auch auf Notizen anwenden lässt. Und wie das aussehen kann, das habe ich in den folgenden Folien einmal dargestellt. Das heißt, wir schauen uns zuerst Phase 1 an, die Notizen planen. Das heißt, ich brauche irgendwie ein strukturiertes Notizsystem und das kann ich natürlich im Vorfeld planen. Aber ich sollte es nicht zu starr planen, denn es muss ja mitwachsen. Ich weiß ja heute noch nicht, wenn ich ein wirkliches Notizsystem benutzen möchte, was ich auch in fünf Jahren noch verwenden kann, weiß ich halt noch gar nicht, was für Anforderungen habe ich denn dann? Das heißt, es sollte schon irgendwie flexibel sein, aber eben doch einem gewissen Satz an Regeln folgen. Das ist nicht so ganz einfach und das Thema Finanzieren, was natürlich für ein Forschungsprojekt tatsächlich ganz relevant und zentral ist und im Vorfeld geklärt sein muss, das ist natürlich für unsere eigenen Notizen zu vernachlässigen, sage ich mal. Das heißt, ich muss mir an der Stelle für die digitalen Notizen raussuchen, welches Tool möchte ich eigentlich benutzen dafür? Also was will ich notieren? Ist das wirklich nur Text oder sind das vielleicht auch Bilder? Muss ich Softwarecode aufschreiben oder ganz andere Dinge? Stichwort Mathematik, Formeln oder Physik, also Strukturformeln in der Chemie. Es gibt da wahnsinnig viele Anforderungen und es gibt Tools, die können solche Dinge notieren und es gibt so Tools, die können das auch nicht notieren und dann muss natürlich die Wahl entsprechend fallen, dass sie auf meine Bedürfnisse passt. Ich kann mir die Frage stellen, möchte ich auf ein Open Source Tool gehen oder ist es vielleicht auch okay, wenn ich ein Tool, was proprietär entwickelt wird, verwende, dafür vielleicht auch Geld bezahle. Man kann auch für Open Source Tools Geld bezahlen, also Open Source heißt nicht immer gleich gratis und umgekehrt, aber die Integration in andere Systeme oder anderer Systeme in so ein Notiz-Tool ist bei Open Source Tools manchmal etwas besser. Nicht immer, aber manchmal. Es gibt natürlich auch Fälle, bei denen kommerzielle Produkte und proprietäre Produkte sehr stark darauf ausgelegt sind, mit anderen Diensten zusammenzuarbeiten. Das heißt, da muss ich mir das so ein bisschen überlegen, was ich eigentlich machen möchte und was dieses Tool kann. Natürlich muss man sich auch in Erinnerung rufen, dass eventuell so ein Tool, während ich es verwende, weiterentwickelt wird und wenn die SoftwareentwicklerInnen irgendwie teilen, woran sie arbeiten, also sowas wie eine Roadmap veröffentlicht haben, kann ich ja vielleicht, je nachdem wie ausführlich und wie weit diese Roadmap in die Zukunft geht, daraus nochmal für mich Schlussfolgerungen ableiten, ob das wirklich sinnvoll ist, auf dieses eine Pferd zu setzen oder nicht. Das ist also Phase 1. Phase 2 ist dann das tatsächliche Notizen verfassen oder eben hier erfassen. Das wäre dann eben bei den Datenpunkten das entsprechende Wording. Und im Forschungsdatenzyklus, also im richtigen Forschungsdatenmanagement, wenn wir nicht auf Notizen schauen, dann fällt hier im Grunde alles drunter, was während der eigentlichen Forschung passiert. Und das ist dann genau das. Ich notiere mir Dinge in meinem erdachten System oder auch außerhalb und führe es am Ende in dieses System hinein. Und das kann ich dann eben genau nach diesen drei Notizarten machen, die ich eben vorgestellt habe. Und das erfordert Disziplin. Und zwar, ich spreche da aus eigener Erfahrung, es erfordert viel Disziplin und auch ausdauernde Disziplin, weil das unheimlich ermüdend ist. Aber im positiven Sinne, wenn man seine Notizen, diese Annotation, die man beim Lesen macht, jedes Mal noch ein zweites Mal durchgehen muss und sich überlegen muss, ist das wert, aufgehoben zu werden? Kann ich, soll ich, muss ich daraus eine dauerhafte Notiz machen? Und wenn ich das dann mache, möchte ich ja, dass die nicht unbedingt für sich steht, sondern wie ich vorhin gesagt habe, ich möchte vielleicht auch Querverweise zu weiteren anderen Notizen, die ich schon gemacht habe, anfügen. Aber, und das ist wieder das Schöne an einem digitalen System, ich muss das ja nicht alles auf einmal in einem Schritt machen, sondern ich kann das peu à peu machen. Ich kann mir heute die Notizen von vorletztem Jahr nochmal hernehmen und das wieder ergänzen. Und das Schöne ist dann, dann habe ich eine Notiz, die über die Jahre gewachsen ist und vielleicht dann auch ein Stück weit meine Ansichten oder bestimmte Forschungsstände widerspiegeln kann. Und ich glaube, das ist mit einer der großen Vorteile eines solchen digitalen Systems, wenn man es dann sauber strukturiert und systematisch betreibt. Und genau hier dieses Notizen verfassen und dann vielleicht nochmal schauen, was habe ich denn früher mal gedacht? Da kommt nochmal ganz spezifisch zum Tragen, dass ich diese Notizen unbedingt an mein eigenes Zukunfts-Ich adressieren muss. Das heißt, diese Notiz muss nachvollziehbar sein, auch ohne den konkreten Kontext, ohne, dass ich vielleicht die Originalquelle, auf die sie sich bezieht, ja, dass ich sie verstehen kann, ohne in diese Originalquelle zu schauen. Das heißt, wirklich alles Relevante muss in dieser einen Notiz. Und gleichzeitig sollten die Notizen dabei, da ist dann das Konzept der sogenannten atomaren Notizen, das man verfolgen kann, aber nicht muss. Ich habe mich damit noch nicht intensiv auseinandergesetzt. Es gibt eben die Strömung, dass man sagt, eine Notiz sollte auch immer nur einen Kerngedanken verfolgen und nicht zu viel. Sonst habe ich am Ende eine Notiz zu einem ganzen Buch und dann weiß ich noch, irgendwo in dem Buch ist es und muss dann aber auch diese einzelnen Notizen nochmal durchsuchen. Und dann wird das natürlich auch mit den Querverweisen schwierig, weil wenn ich ein ganzes Buch in einer Notiz habe, dann verweisen möglicherweise ganz viele andere Notizen auf diese eine Notiz, aber eben an unterschiedliche Stellen in dieser Notiz. Und dann wäre es ja eine Überlegung wert, diese Notiz wieder aufzugliedern und aufzusplitten in unterschiedliche kleine Notizen, um diese Querverweise sauberer darstellen zu können. Aber das nur am Rande. Phase zwei ist also das eigentliche Notieren. Phase drei ist dann, die Notizen zu speichern und zu verwalten. Für Forschungsdaten sucht man dann nach geeigneten Repositorien, die entsprechende Datensätze entgegennehmen können, dass sie dort mit entsprechenden Metadaten versehen werden können und von dort auch wieder bereitgestellt oder eben auch langzeitarchiviert werden können. Das ist für die eigenen Notizen vielleicht nicht ganz so super relevant, wie es bei richtigen in Anführungszeichen Forschungsdaten ist. Also bei dem, was man im Forschungsdatenmanagement klassischerweise unter Daten versteht. Aber trotzdem ist diese Phase nicht weniger wichtig, denn ich kann mir da zum Beispiel belegen, und das habe ich vorhin in den Diskussionen durch die Breakout-Räume kurz wahrgenommen, speichere ich meine Notizen eigentlich in der Cloud oder speichere ich sie nur lokal bei mir? Wie kümmere ich mich um mein Backup? Will ich, wenn sie in der Cloud sind, dass meine Daten dort vielleicht unverschlüsselt liegen oder sollte ich mich darum kümmern, dass sie doch verschlüsselt sind? Und solche Fragen kommen dahin. Damit geht dann auch einher, kann ich sie vielleicht versionieren, dass ich im Nachhinein nochmal wirklich ganz genau nachvollziehen kann, wann habe ich eigentlich was aufgeschrieben? Und natürlich muss ich mir in diesem Zuge auch spätestens da so ein eigenes Regelwerk auferlegen im Sinne von, wie benenne ich eigentlich meine Dateien? Ich habe vorhin von persistenten IDs gesprochen für diese dauerhaften Notizen. Das ist dann oder geht einher mit so einer Nomenklatur. Viele von den Zettelkasten-Adaptionen arbeiten dann mit dem Datum und der Uhrzeit bis auf die Sekunde teilweise für eine solche Notiz. Ich kann natürlich im digitalen Raum auch über Metadaten-Aliasse vergeben. Das heißt, dass eine Notiz mehrere Titel hat. Und das je nachdem, wie ich dann danach suche, ich sie auf jeden Fall wiederfinde. Ich kann auch, und das wird uns nachher nochmal begleiten, in diesen Notizen-Tags bzw. Schlagwörter vergeben und ich kann mir überlegen, will ich sie denn irgendwie in einer Art von Ordnerstruktur ablegen oder verlasse ich mich ganz auf diese Tags und die Schlagwörter, die ich nutze, um Dinge zu filtern und wieder zu suchen. Das ist also Phase 3, quasi Organisation und Speicherung meiner Daten, meiner Notizen. Phase 4 geht dann ein bisschen dahin, wie ich dann Notizen teilen möchte, wenn ich das denn möchte. Das ist in, glaube ich, diesem Zyklus, wenn man es auf die eigenen Notizen bezieht, die Phase, die wirklich am allerwenigsten Relevanz hat, weil ich zumindest mache meine Notizen in erster Linie für mich selbst. Und ich habe mir auch ein Tool und ein System ausgedacht, was erstmal für mich funktioniert und was technisch nur sehr schwierig mit anderen teilbar ist. Also wenn man jetzt darüber spricht, dass man vielleicht in einem Team, in einer Arbeitsgruppe Notizen verfassen möchte, muss man das vielleicht irgendwie sich anders zurechtlegen. Aber trotzdem wäre das dann der Punkt, an dem man die Auswahl trifft, falls Teile der Notizen veröffentlicht werden sollen, nämlich auf welchem Wege. Und da gibt es Beispiele, wo Personen das gemacht haben. Bert Biblio-Honegger zum Beispiel, Informatiker aus der Schweiz, hat mit Berts Biblionetz, so nennt er das, sich ein eigenes Wiki aufgebaut, das er selbst benutzt, um seine Arbeit zu machen, also seine wissenschaftliche Arbeit. Und er hat das aber auch öffentlich ins Netz gestellt, sodass wir alle darauf zugreifen können. Und das ist auch über die Jahre, also wirklich über Jahre oder bald wahrscheinlich sogar Jahrzehnte gewachsen und entsprechend umfangreich. Und er selbst sagt darüber aber auch, dass es für ihn und für seine Arbeit ein unschätzbarer Wert ist, dieses Werkzeug am Ende. Andere Beispiele von geteilten Notizen sind sowas wie Doku-Wikis von Vereinen oder auch Wissensspeicher von Organisationen. Eben sowas wie geteilte Notizen, auf die mehrere Personen Zugriff haben. Wie gesagt, für persönliche Notizen ist das sicherlich ein Punkt, den man vernachlässigen kann. Also Phase 4, Notizen teilen, ja oder nein. Und je nachdem, wie man diese Frage beantwortet, muss man sich halt Gedanken darüber machen. Und wir kommen zur fünften Phase, nämlich dem Thema, wie kann ich denn meine Notizen dann weiter nutzen? Also wie kann ich sie dann verwenden, nachdem ich sie aufgeschrieben habe und nachdem ich viele dauerhafte Notizen verfasst habe? Das heißt, ich muss sie irgendwie ablegen und nutzbar machen. Im Forschungsdatenmanagement ist dann natürlich die Nutzung hauptsächlich oder zum großen Teil auch durch Dritte gemeint. Für die persönlichen Notizen bin es natürlich in erster Linie ich selbst, der ich meine Notizen verwenden möchte, wenn ich dann eben in den Bereich komme, dass ich meine Wissenschaft in der Kenntnis zusammenschreibe und dann irgendwann publizieren möchte. Auch hier nochmal ganz wichtig, ich wiederhole es jetzt bestimmt zum dritten oder vierten Mal, dieses Zukunfts-Ich. Also ich muss die Notizen, damit ich auch das wirklich sinnvoll nachnutzen kann und sich so formuliert haben, dass ich auch später selbst immer noch verstehe. Und ein großer Teil für die sinnvolle Nachnutzung oder einen großen Anteil für die sinnvolle Nachnutzung machen dann eben die Tags und Schlagworte aus, über die ich Suchanfragen in meinem Notizsystem steuern kann. Denn die besten Notizen bringen nichts, wenn ich nicht mehr weiß, was drinsteht oder sie über kein Metadatum mehr auffinden kann. Also das ist sicherlich ein ganz zentraler Punkt. Und zu den Tags und Schlagworten gesellt sich dann der Aspekt der Verlinkung, also dass ich Notizen miteinander verknüpfen kann, dass sie sich aufeinander beziehen. Denn dann habe ich je nach Software die Möglichkeit, von einer Notiz ausgehend andere Notizen zu finden, die sich auf diese eine Notiz beziehen und kann dann quasi zwischen allen meinen Notizen springen und so einen Gedanken zurückgefolgen. Ganz ähnlich wie Niklas Nuhmann das in seinem analogen Zettelkasten aus Papierkärtchen und Karteikärtchen gemacht hat. Ist natürlich digital etwas einfacher und vor allen Dingen viel schneller zu realisieren, als es auf Papier der Fall wäre. Das ist also dieser Forschungsdatenzyklus. Und ich habe am Ende schon, also dieser Forschungsdatenmanagementzyklus, und ich habe ja vorhin schon gesagt, das ist für Forschungsprojekte angelegt. Und das Team hier am KIT hat das dann nochmal für ein Projekt, das so typischerweise in der Wissenschaft auf etwa drei Jahre angeht, ist nochmal so dargestellt. Also Phase 1 bis 5 hier von oben nach unten farbig dargestellt. Das ist so, dass in den Zeiträumen etwa sind diese verschiedenen Phasen relevant. Und wenn man das jetzt auf Notizen überträgt, dann finde ich, darf das nicht mehr ganz so ausschauen, denn wir haben ja darüber gesprochen, dass ich eben diese Notizen langfristig nutzen möchte. Und da würde dann dieses Schaubild eher so aussehen. Also, dass man tatsächlich alle diese Phasen parallel und immer weiter denkt und mit berücksichtigen muss, wenn man sein eigenes System sich erdenkt, weiterentwickelt oder auch mal migriert in ein anderes System, weil man irgendwie auf einmal wechselnde Bedarfe hat oder andere Ansprüche. Und das sind, glaube ich, Gedanken, die es lohnt, sich zu machen, wenn man darüber nachdenkt, sich ein nachhaltiges, also ein wirklich nachhaltig nutzbares Notizsystem zu geben.